Also, heute wird's extrem spannend, denn heute werden wir uns für eines der beiden Mädchen entscheiden müssen. So, und... Klopf, 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 Harry Potter! Ich bin unterwegs, warte! Harry Potter! Oh, hi, Icky! Hallo, Mora! Die Harry Potter-Jokes werden langsam langweilig. Äh, okay. Buffalo, wie geht's? Pass auf! Ähm, ich muss mich jetzt, äh, ich hab ne Frage. Okay, und die ist? Wieso hast du keine Fruit-Tops mehr hier? Ja, die hast du mir ja geklaut. Oh, nein, sowas würde ich doch niemals tun, Buffalo. Ey, Buffalo, Buffalo, Buffalo! Ich, ich hab'n Date mit Echeline und danach mit dem Regenbogen-Mädchen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber, beides an einem Tag? Ah, Regenbogen-Mädchen, hey! Sei nicht traurig! Oh, Mann, Leute! Jetzt fängt's auch noch an zu regnen! Ah, was ein super, super cooler Tag! Es ist 3 Uhr und ich gehe jetzt raus. Ich hab' nämlich total Bock, mich mit Dandy zu treffen. Das wird super, super cool! Oder mit Buffalo! Wir können zusammen Quatsch machen oder so. Darauf hab' ich richtig Lust, Leute. So, wir gehen jetzt erstmal hier raus. So. Und Tür auf. Und... Oh! Hey, Freunde! Freut mich wirklich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst auf jeden Fall nicht jetzt schon mal, den Kanal hier zu abonnieren. Und rechts nur noch mal auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Eki-Army wirst. Der coolsten Army auf ganz YouTube. Gib dem Video ein Like, also einen Daumen nach oben. Und dann schreibst du ein liebes Kommentar, damit ich dich genauso einblenden kann wie diese anderen Kommentare hier. Und jetzt geht es auf! Ich möchte mich mit Dandy treffen, äh... Ekeline? Oh, hi! Äh, oh! Danke für die Blumen, schätze ich mal. Äh, Leute, also, falls ihr es noch nicht wusstet, ich hab' mich im letzten Video, das hab' ich nämlich gestern auch geladen, da hab' ich mich für Ekeline entschieden und das Regenbogenmädchen musste die Stadt verlassen. Und, äh, äh, Ekeline, danke, du weißt, dass ich Süßigkeiten mag. Äh, und danke für die Blumen, aber ich, äh, ich wollte eigentlich jetzt zu Dandy. Und zwar wollte ich mich mit ihm treffen. Okay? Tut mir leid, okay? Äh, oh! Ich, ich geh' jetzt erstmal zu Pufflo oder so. Heute ist ein Jungenstag. Nur für Jungs. Okay? Ah, na gut, Leute, Mädchen machen einem echt Kopfschmerzen. Na gut, komm, Ekeline, dann verbring' ich den Tag halt mit dir, okay? So, komm mit. Was hast du denn da? Zuckerwatte? Oh! Vielen Dank, Ekeline! Du bist ja sehr nett. Ah, Leute, Ekeline hat, hat mich wohl echt ganz doll lieb, dass sie mir so viel schenkt. Komm mit, äh... Okay. So viel Süßigkeiten, Alter, das musst du mir doch alles gar nicht schenken. Komm, wir gehen ins Kino. Lass gut sein, Ekeline. So. Und im Kino werde ich dir dann auch was kaufen, okay? So, Leute, wir gehen jetzt erstmal heute mit Ekeline ins Kino und morgen machen wir einen jungen Tag. Äh, komm, Ekeline, wir gehen hier rein. So. Zack. Zweimal Tickets für E.T., bitte. So, zack. Und für Ekeline sogar die Theaterbox. Oh, eine neue, bitte. So. Hier, bitteschön, Ekeline. Und komm, wir gehen rein ins Kino. Oh, der Film war echt cool, nicht wahr, Ekeline? So. Oh. Jetzt ist es Abend. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr... Oh, danke. Jetzt kann ich mich aber gar nicht mehr mit, äh... Mit Dandy treffen. Na gut, dann mach ich das eben morgen. Okay, bis morgen, Ekeline. Tschüss, wir sehen uns wann anders. So. Das war vielleicht ein anstrengender Tag. Na gut, dann treffe ich mich halt morgen mit Dandy. Ah, so, Leute. Heute ist ein neuer Tag und das bedeutet ein neuer Dollar. Wir gehen jetzt erstmal zu Dandy. Ich hab total Lust, Quatsch zu machen. Irgendwas Jungsmäßiges im Schlammwühlen, Klingelstreich oder irgendwas Cooles. So. Ah, Dandy. Hallo. Ich auch, Eke. Ich hab richtig Lust, mit dir richtig viel Quatsch anzustellen. Ja, Mann. Ich hab... Ah. Ekeline. Was machst du denn hier? Wir haben uns verabredet und wir gehen... Wir gehen jetzt, Ekeline. Wir haben uns... Wir machen heute Jungs-Tag. Genau. Ohne Mädchen. Ohne Mädchen. Geh. Ekeline, wir haben uns doch gestern schon getroffen. Ich hab dich gestern schon getroffen? Ja. Ja, dann lass uns doch mal heute was zusammen unternehmen. Wir wollen auch mal was machen. Ekeline, ich hab mich für dich entschieden. Keine Sorge. Wir werden morgen dann was zusammen machen, okay? Okay? Ekeline, komm schon. Oh Gott, Dandy, äh... Du musst deine Freundin im Griff haben, Eke. Ich will mit dir was unternehmen. Ja, aber... Was soll ich... Ekeline, äh... Können wir nicht... Ekeline, kannst du... Oh, ich weiß... Oh, ich weiß... Dandy... Ich weiß auch nicht, was man jetzt da macht in dieser Situation. Alter. Ich hab auch keine Ahnung, Leute. Was macht man jetzt? Ach, gib mal alle dem Video einen Like, um mir zu helfen. Ich hab keine Ahnung. Ekeline, wie wär's, wenn, äh... Wenn wir uns, äh... Okay, Dandy, soll ich noch einfach heute nochmal mit dir verbringen? Ach, da ich ja so ein supercooler, toller Freund bin... Ja, du hast mein Erlaubnis. Okay, Ekeline, ich verbring den Tag mit dir. Freust du dich? Okay. Na gut, danke dir, Dandy. Du bist ein echter Bro. Äh... Viel Spaß. Bis dann. Komm, Ekeline, wir verbringen dann heute nochmal einen Tag zusammen. So, komm mit, wir gehen in den McDonalds oder so. Das wird alles richtig cool. So, Leute. Heute ist Tag Nummer 3. Und heute werde ich auf jeden Fall was mit den Jungs machen. Diesmal habe ich keine Lust, wieder Mädchensachen zu machen mit einem Mädchen. Auch wenn ich Ekeline sehr doll lieb habe. Heute machen wir etwas Cooles mit einem Jungen. Und zwar mit Dandy und Pufflo. Wir schleichen uns hier ganz vorsichtig lang. Am besten, wir gehen hier hinter dem Baum lang. So. Ekeline darf mich jetzt nicht sehen. Wenn die mich jetzt wieder erwischt, dann wird das wieder so sein wie gestern. So. Ganz schnell hier weg. So. Okay. Ah. Ich sollte hier unbedingt... Ich weiß nicht, Leute. War Ekeline die falsche Entscheidung? Die dreht immer komplett durch. Egal. Wir laufen hier lang. So. Okay. Ekeline hat mich nicht gesehen. Keine Ahnung, wo die wieder steckt. Oh Gott. Vorsichtig nicht, dass sie mich hier noch sieht. So. Schnell zu Pufflo. So. Okay, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Schnell, 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 schnell. Klopf, klopf, klopf. Pufflo. Mach die Tür auf. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich komme. Okay, Pufflo. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Komm schon, Pufflo. Mach die Tür auf. Komm schon. Ah. 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 Bist du mich gerade erschreckt? Äh. Wie bist denn du da reingekommen? Äh. Ich, ich. Ich wollte gar nicht zu Pufflo. Ich wollte zu Dandy. Bis dann, Ekeline. Tschüss. Ah. Nicht schon wieder mit dem Schwert. Ekeline, bitte. Was ist denn los? Wir haben jetzt schon zwei Tage miteinander verbracht. Kann ich nicht, kann ich nicht einen Tag mal mit meinen Jungs chillen? Bitte. Tut mir leid, Ekeline. Aber heute ist Dandy dran. Okay. Heute ist Jungen Tag. Tut mir leid. Ekeline, es tut mir leid. Ah. Ah. Ekeline. Hör auf. Ah. Hilfe, Leute. Ekeline war die falsche Entscheidung. Ah. Ah. Wo. Wo bin ich hier? Ah. Ich kann hier nicht weg. Ich klebe hier fest. Ekeline. Was hast du getan? Da. Du spinnst ja total, Ekeline. Was ist da? Hilfe. Ich will hier raus. Ekeline. War das etwa die falsche Entscheidung, mich für dich zu entscheiden? Ekeline. Lass mich hier weg. Ekeline. Du. Was tut. Au. Ekeline. Hör auf. Ah. Hilfe, Leute. Ekeline hat mich entführt. Ihr müsst mir helfen. Gebt alle dem Video ein Like, damit ich hier rauskomme. Los, Leute. Alle dem Video ein Like geben. Ekeline. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Hilfe. Kann mich denn keiner hören? Nee, ich stecke hier. Kann man wohl nichts machen. Dann tschüss. Nein, Dandy. Oh nein. Ekeline hat ihn angeschmiert. Sie hat gesagt, ich bin nicht hier. Aber ich bin hier. Au. Ekeline. Lass mich hier doch gehen. Dandy steht. Ich bin hier gefangen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Was passiert hier? Was soll ich tun? Okay, Freunde. Wir müssen uns irgendetwas ausdenken. Ich weiß aber noch nicht was. Äh. Habt ihr eine Idee? Schreibt es am besten mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert jetzt den Kanal. Morgen geht es nämlich spannend weiter. Das wird noch richtig cool, Leute. Schaut unbedingt bei Buffalo und bei Dandy vorbei. Die machen auch coole Videos und bis zum nächsten Video. Tschüssi, Freunde. Bis morgen.